Willkommen Reisende. Wir sind wieder bei No Man's Sky und ich habe jetzt einen Planeten gefunden, der nicht hothäßlich ist und uns nicht umbringen will. Er hat orangene Bäume. Können wir so uns den von oben angucken. Bisschen, ich würde fast sagen das so grün blau mäßig. Orangene Bäume, hohe Latte Felsen, die wir noch irgendwie integrieren können und wir haben hier so die Würfel. Die liegen auch noch alle in unserem Bereich. Die werden wir mit integrieren und das ganze Portal hier. Damit werden wir jetzt erstmal anfangen. Und zwar als erstes mit einer Bodenplatte. Müssen wir mal schauen. Das von der Seite machen. Wo ist denn jetzt die Stufe zu Ende? Jetzt. Ernsthaft, warum geht das von der Seite nicht? Ah, so geht das. So. Hm, nein, so. Wir werden die erstmal kurz platzieren und gucken, ob das mittig ist, dann. Oh Gott, ist weder mittig noch gerade. Auf der einen Seite sinkt sie im Boden, auf der anderen nicht. Ach, das ist ja eine Kunst, ja. So. So. Vielleicht so. Ist doch schon wieder nicht gerade. Es ist ja nur die erste Bodenplatte, die schwierig ist. Ganz einfach, weil wir da Rand anbauen können. Hä, es sieht an der Stufe gerade aus, aber so, weil es nach hinten geht, sieht schief aus. Das ist ja nur... Wollen wir das an der Stufe hier machen? Dass es gerade ist. Mal duplizieren. So. Oh, da steht das ganze Gebäude schief. Irgendwie hat die Treppe doch Knick in der Optik. Die Bodenplatten liegen ja gerade. Aber die Säule ist tiefer drin als die hier. Wie zum Henker geht das denn? Echt, das Gebäude ist schief. Boah, da muss ich die Bodenplatten alle justieren. Mhm. Super. So. L-Shift. Kann nicht geändert werden. Warum das denn? Oh. Gerade ist eine Fehlermeldung. Ich habe zu oft Links-Shift gedrückt. Oh. 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 So. Wahrscheinlich, weil die aneinander gebaut sind. Wir werden mal alle wieder entfernen. Und dann gucken, wenn wir die hier duplizieren. Obwohl wir die ja auch neigen müssen. Mal sehen. Die so. Jetzt können wir es benutzen. Na, das war falsch. Ah. So. Ah. Liegt jetzt nicht mittig, aber. Jetzt müssten ja die Abstände da. Also so gedreht müsste es funktionieren. Jetzt müssen wir es noch. Wieder mittig platzieren. Super. So. Die müssten das ja jetzt, wenn ich so dupliziere, alle beibehalten. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Sieht doch jetzt besser aus, oder? Die Stufe ist hier genauso weit verschwunden wie hier. Also haben wir den Knick gut ausgebessert. Gut. Ja gut, dann steht unser ganzes Gebäude halt schief. Aber wir müssen ja nur die Bodenplatte hier vorne schief machen. Die Wände können wir ja gerade lassen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang jetzt hier. Darauf können wir noch aufbauen. So. Duplizieren. Kamera an. Naja, ich hab schon wieder irgendwas Falsches gedrückt. So. Also. Wir können. Gucken. Dann würden wir die ganze Stufe beibehalten. Gucken. Ja. Machen wir uns jetzt einen Rahmen. Gut. Das Terrain verändert sich jetzt ein bisschen, was jetzt echt schlecht ist. weil wenn wir Pech haben verändert sich das jedes Mal wieder zurück. Aber wir müssen ja nur bis hier. Dann können wir ja wieder gerade bauen. so. Machen wir noch eine Reihe nach vorne. Dann. Mal schauen. Ja, es liegt ja zumindest fast auf. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Hier ist das eine gefasst. Ouh. Ist hier ein Abstand zwischen? Ja. Den müssen wir dann hinterher noch ausgleichen. oder wir setzen dann die Wand irgendwie hier so lang und benutzen das hier mit als Untergrund müssen wir mal sehen, sodass keine Lücke entsteht auf jeden Fall gehen wir mal bis zur Mitte da haben wir doch auch eine Platte mehr gelegt die kann ja erstmal wieder woanders so leuchten die Dinger hinten das ist ja jetzt die Frage ich glaube die haben auch geleuchtet super sieht man jetzt auch gar nicht ja die leuchten auch das heißt die müssen wir mit ins Gebäude integrieren es dürfte ja hinten genauso schief sein wie vorne so duplizieren noch nicht also wo kommen wir denn jetzt hier da haben wir eine Bornblatt da hier steht das Gebäude anders aha gut dann müssen wir die entfernen und von der Seite dasselbe machen hier gibt nichts zum löschen hier liegt doch eine Bodenplatte hä cool ich habe Sinn gekriegt dass sie verschwinden ah jetzt lass mich die Platte aufheben wie habe ich denn das hingekriegt da auch wenn wir dürfen wir nicht ah dürfen wir doch haha so jetzt müssten wir sie anvisieren können oder ach da x so jetzt stellen wir den Fusspunkt gleich wieder her los los ah so glätten wieder herstellen so so echt boah das ist ja kniehoch hier ja dann müssten hier die Bodenplatten auch wieder weg ich habe natürlich das einzige Portal erwischt das schief steht so die weg die weg wie schlimm ist denn das hier so der Trick ist natürlich auch gut na hier scheint das zu funktionieren gut dann müssen wir auf der anderen Seite jetzt auch anfangen und nur ein bisschen machen muss mal gucken das müsste ja jetzt nach links geneigt sein eigentlich mal sehen so ich stehe natürlich schon wieder zu nah dran ja jetzt müssen wir es man sieht es hier ganz gut ein Stück nach links neigen so würde ich sagen und jetzt gerade platzieren wie haben wir das da drüben gemacht ok so jetzt ist es hier nachts ich sehe die Stufe nicht ist da die Stufe hm war da jetzt die Stufe ja also wir können rüber gehen ohne dass es hakt auch wenn es jetzt seltsam aussieht aber wir scheinen in der Luft gehen zu können aber da die Stufen alle so breit sind müsste die wirklich windig mit dieser Stufe abschließen dann werden wir jetzt mal gucken ob wir da noch ein paar dran bauen können ist nicht mehr gerade wir haben es scheinbar nicht genug nach links geneigt gott ist hier oft dunkel also wir müssen es noch ein Stück weiter nach links geht nicht weil die da dran sind so 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 Jetzt haben wir das auf der anderen Seite. Das Ding ist krumm und schief. Wir stellen einen Tisch drüber. Oder einen Teppich. Aber hier ist es jetzt sau hoch. Ach, die schließen auch gar nicht mehr an. Jetzt sind sie wieder verbunden. Aber hier und da scheint dieselbe Höhe zu haben. Also fällt das erst bei der hier auf. Wir haben kleine Stufen. Die kommt weg. Wie sieht denn das aus? Das ist doch besser. Jetzt müssen wir nur die Seiten auch einbauen können. Da liegt es unten drunter. Hier würde es oben drüber liegen. Ab wann macht er denn dass es wieder schwebt? Ah, hier geht es also das ist links geneigt und in der Mitte geht es hoch. Das Gebäude. Oh. Wissen. Wenn wir die Treppe weglassen. Also auf der Seite müssen wir was anders bauen. Das obwohl das der Ausgang also naja Ausgang ja nicht aber es hört sich jedes Mal an als würde da irgendwas kaputt gehen. Hä? Wo kann ich die denn ansnip? Ah ja, unten drunter habe ich ja welche gelegt. So. Mal schauen. Also da geht es noch aber hier. Boah, das hat ja einen Knick in der Optik das Gebäude. Wir ziehen hier einfach. Das geht auch nach hinten voll hoch. Also krumm und schief gebaut das Ding. dann machen wir hier auch eine kleine hin. So. So. Ne. So. Was ist denn das? Also hier kommen wir hoch. Doch nicht. Hm. Sehr schwierige Angelegenheit. So. Aber das auf einer Seite funktioniert es wunderbar auf der anderen gar nicht. Also wir lassen einfach die kleinen auch weg. Aber hier geht eine Platte bis nach außen. Also bis zu diesem geraden Strich hier. hier auch. Hm. Warum kann ich da drüben eine Platte weiterbauen? Hm. So. Wie viele Plätze sind da jetzt? Müssten wir sowas nehmen. Vielleicht. So. Auf der Seite wie viel ist hier Abstand. Wir müssen nur aufpassen dass wir das Terrain nicht beschädigen. Die Dinger haben eher Lampen. Gut. Vielleicht nicht aufstehen unter der Erde. So. Fülle hier nicht auf. So. Jetzt kommen wir hier überall drüber. Ohne zu stolpern. Nur hier müssen wir irgendwas dann später hinbauen. Fußboden geht ja nicht weil der sehr unterschiedlich ist auf beiden Seiten. Hier liegt er drunter. Da liegt er oben drüber. Aber wenn wir jetzt die Würfel da hier nehmen. das war ein normales Gebäude und dahinter eine Pyramide aus den Dingern. also so seitlich links und rechts hoch bis nach ganz oben und dann seitlich runter dann sollten wir vielleicht oben anfangen. Aber oben in der Mitte wäre vielleicht glas schön. Aber dann kann man von oben in unser dann sieht man von oben unser Stargate. Wer will das denn? dann müsste der ja auch gehen. Müssen wir mal gucken. Oh, hier sieht man wo er mittig ist. Das ist ja cool. Achso. Er leuchtet rot. Wir können hier gar nicht bauen. Ja. So. Sehe ich natürlich nicht ob er gerade steht. Nö. Nicht mal ansatzweise. Also so. mit dem Stein ist eine Linie. Mal gucken ob er so das ganze Gebäude ist zu irgendeiner Richtung geneigt. Ist eine Katastrophe. Der Abstand ist genau perfekt. Aber das ganze Gebäude ist jetzt nach vorne geneigt. Ist doch nicht deren Ernst jetzt. Also so. 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 Na. Neun. So. Also erst mal. So. Jetzt kriege ich ihn da nicht wieder mittig platziert. So. Ich habe einmal zu oft zurückgedrückt. So. jetzt sieht das doch schief aus. Hey. Also. Also wenn man sich an dem Boden in der Mitte des Würfels orientiert wäre eigentlich schief und so gerade. Aber. So sieht er eher gerade aus. Ha. Jetzt ist aber nicht mehr geneigt. Aber. So. Jetzt. So. 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 Jetzt ist er zu weit rechts. Das ganze Gebäude hat einen Knick. Okay, da war der Wurm. Der kommt echt da raus. Naja, vielleicht sollten wir das dann nicht ins Gebäude bauen, sondern hier aufhören an der Seite. Aber um hier noch ein paar Räume und alles reinzukriegen. Wir bauen mal in die anderen beiden Seiten. Das ganze Gebäude ist einfach komisch hier. Das wird am Leben nichts. Das ist einfach nur ein paar Räume. jetzt steht ein stück zu weit links aber ansonsten die neigung stimmt jetzt wenn man den abstand von allen seiten betrachtet und so betrachtet sieht der krumm und schief aus das sieht aus als wäre die rechte seite vom gebäude einfach ein stück niedriger nicht mal diese rillen hier sind auf derselben höher das ganze gebäude schief ich baue den jetzt einfach gerade da drauf ohne drehung und alles wenn das ganze gebäude schief ist das ist in alle richtungen schief das gebäude ich glaube wir setzen einfach erst mal ein paar drin jetzt sieht man auch ins schief ist das alles jetzt kommt man schief ja Vielen Dank. Es ist trotzdem schief. Das ist ja nicht wahr. Ich fange jetzt unten an. Es ist alles grün schief hier. Ich fange jetzt neben dem Gebäude an. Versuche uns hier heranzuorientieren. So. So. An dem Gebäude ist einfach alles schief. Dann kommen da kleine Wände zwischen. Und alle die wir nicht brauchen, bereisen wir hinterher wieder ab. So. So. Ob sie dich schwebt. Da stehen sie auf. Da schweben sie. Aber ist ja nicht wahr. So. 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 Wenn das Gebäude schief ist, mache ich es mir halt gerade. Ja. So. ich glaube wir müssen noch weiter nach rechts und links bauen der gang sollte nämlich in dem gebäude entlang gehen warte mal wie geht diese treppe die geht mal so mal gleich eine treppe reinbauen und gucken ich habe irgendwie mein schiff im weg geparkt also das ist ein zu tief ach ich stehe auf welcher seite so kommen da treppen rein noch mal sehen natürlich falsch rum gebaut war ja klar da musste hin so dann sind wir dann ganz oben wenn der weg der muss da und da so müsste das jetzt gehen also da ist eine treppe so 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 dann kommen wir schneller nach unten als ich dachte ist gar nicht so weit und da sind wir unten so dann können die hier weg erstmal ja die inneren bräuchten wir gar nicht oder ja wir lassen sie nochmal stehen erstmal so bis wo haben wir denn da ist einer da ist keiner so und jetzt hatte ich gedacht breit genug dass wir da hoch laufen können vielleicht und eine seite eventuell mit glas also da war vorne nur das portal und gebäude drum herum bauen ein bisschen schick dann werden wir dann auf diese seite zweite reihe machen und dann habe ich gedacht kommen da die ähm da diese ah gut das geht ohne gang nicht so dass man da reingehen kann dann scheiße kommt man da von der treppe überhaupt rein ich wusste schon warum ich drei baue aber wenn wir da dran vorbeigehen müssen wir jetzt mal eine tür bauen mal kurz testen mal hoch gehen also wir kommen zwar hoch so aber nicht da rein was ist denn wenn wir den den da also wir gehen da nicht da dran ach geht nicht weil wir drinnen stehen oder was es ist aber zu weit um mit der bio kuppel zu interagieren die hat ja dass man innen drin zentral alle abholen kann man muss aber nicht in den raum gehen ja dann müssen wir die treppe doch verschieben also immer eine treppe ein ohne und dann dahinter erst eine treppe damit sollten wir aber wieder oben anfangen sonst landen wir wieder sonst wo also so ganz oben ist ja irgendwo ne so wo ist denn jetzt die treppe drin cool ich glaube in dem da oder in dem da ist die treppe drin gut dann kommt wenn da die treppe drin ist müssen wir jetzt ja den entfernen und dann können wir auf die seite reingehen und dann hier ist wieder eine treppe wer wird die denn hinbauen wir müssen hier noch einen draufsetzen ein werfen wir dann können wir erst hä was soll das denn jetzt ach so auf einmal baut das ein oder was so und dann wieder ein ohne treppe das ist ja komplexe angelegenheit also daneben ein da drunter ein dann war ja drei doch richtig ich wusste schon von anfangen warum ich drei wollte so jetzt haben wir keinen würfel aber doch da steht noch ein würfel 3 1 2 3 würfel 1 2 3 würfel 1 1 1 und da wir ja 2 rein brauchen so und da kommen dann die glasgänge dran und die treppe so die der muss einmal kurz wieder weg oh gott ähm hier müsste dann machen wir noch kurz da hm das ist doch ne doch das ist richtig und da da und da könnte eigentlich auch noch rein so das war's aber heute leider da ich jetzt Terminen habe dann danke ich euch erstmal fürs zusehen wir bauen dann hier weiter überall wird natürlich noch Licht eingebaut und Wände und all so ein Kram ist ja nur erstmal dass wir hier das einfassen konnten damit wir dann so direkt dahin laufen können wir machen das irgendwie noch schön hell und das werden wir alles beim nächsten Mal machen wenn ihr Spaß hattet gerne abonnieren und liken ansonsten bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.